Hi! Grüezi, hoi! Hoi! So schön, danke, dass du zu gesagt hast zu unserem Date. Äh, daten. Ja, daten, ja. Ja, ich bin auch nervös, aber du sagst es ein bisschen komisch. Date? Ich arbeite bei Data und AI Consulting Abteilungen und wir Daten für Unternehmen smart auswerten. Also das ist... das ist gar kein Date? Nein. Okay, das ist jetzt... Ja, ja, klar. Ja, das ist jetzt ein bisschen weird, aber ja. Wenn du wissen willst, ob Swisscom als Smart Data Company der perfekte Match ist für dich, dann geh auf www.swisscom.ch. www.swisscom.ch www.swisscom.ch www.swisscom.ch